Gemeinsam Spaß mit Freunden um Wasser? Das bekommen Sie mit dieser Grand Golden Line 580. Fahrbereit und überkomplett ausgestattet. Für bis zu 11 Personen mit genügend Platz für Ihre persönlichen Gegenstände. In eleganter Teak-Optik samt ausreichend Sonnenliegen. Und der bärenstarke Suzuki Außenborder verspricht mit 140 PS jede Menge Fahrspaß am Wasser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017